Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich wollte nur ankünden, dass die Dragons Profit Folge heute nicht kommt, aber morgen dann dafür kommt. Also einfach nur ein Tag Verschiebung. Okay, das war's auch schon. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und sorry.